Kommen wir wieder ein bissel nach vorne mit deinem Gefährt, weil wenn ich da so schräg ranfahre... Kommen wir wieder ein bissel nach vorne mit deinem Gefährt, wenn ich da so schräg ranfahre... Kommen wir wieder ein bissel nach vorne mit deinem Gefährt, wenn ich da so schräg ranfahre... ...und dann noch mal wieder ein bissel nach vorne mit deinem Gefährt. Kommen wir wieder ein bissel nach vorne mit deinem Gefährt. Kommen wir einfach auf einmal an, vor allem früher zu gestalten. Kommen wir wieder ein bissel nach vorne. Wie gesehen schon? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020